Willkommen, Leute, zur nächsten Folge Minecraft Hexit mit Streetmaster 2000, hallo? Hallo. Ja, und ich join mal auf dem Server. So. Wir haben ja schon lange nicht mehr aufgenommen zusammen. Ach shit, jetzt läuft keine Musik. Ach komm, egal. Ach, mir auch nicht, wenn wir jetzt auch. So. Die Musik kann ich ja nächstes, äh, oder im Schnitt wieder hinzufügen. Kommst du nicht drauf? Ich meine nicht, aber ich hab auch keine Musik. Hm. So, mal gucken, hat sich hier was getan? Ich glaub nicht. Der Server war auf jeden Fall wieder ein bisschen offline ein paar Tage. Ähm. Obwohl das jetzt auch gar nicht im Rhythmus war, sag ich mal, in diesen zwei Wochen, wo der sich immer runterfährt. Naja, keine Ahnung, was da los war. So, ich komm vielleicht erst mal zu dir. Bei Lookclosure hat mir noch dieses Miniturherz gegeben. Ah ja, stimmt, hat er ja gesagt. Was hat er jetzt in der Kiste getan, aber ich finde ihn einfach nicht. Hm. Ist doch die komisch. Ich finde, dass der Cloth worden ist. Hm. Ich weiß auch nicht, wie man die kriegt. Also, keine Ahnung. Der Vermuterboss. Er hat mir weggeglischt. Ja, äh, irgendwer hat geschrieben, dass man die da nicht kriegt. Also, ich glaub, Dauerzocker hat das mal getestet und der hat's irgendwie nicht hingekriegt. Hm. Ah, ist ein bisschen komisch. So. Dauerzocker wollte ja auch noch die Stadtmauer ein bisschen weiterbauen in seinem Livestream. Mal sehen, wann er das macht. Ich bringe mir jetzt erstmal ein bisschen Glas noch. Und ja. So, es ist grad blöd, dass es schneit. Das, äh, keine Ahnung. Vor allem lagts dadurch auch mehr. Beziehungsweise, man hat wenig FPS. So. Bis hier hatte ich die schon gemacht. Hm. Ja, ich glaub, ich muss erstmal Cobblestone farm als nächstes. Da geh ich mal runter und mach das. Ist aber natürlich auch eine bessere Livestream-Aufgabe. Ich guck mal, wie viel ich noch hab. Ich hab jetzt meinen Battlecracker gefragt, ob er auf den Server kommen kann. In dem Herz. Oh, okay. Ja, könnte sein. Also, vorhin war er zumindest da, um den Server zu starten. So, äh, wo hatte ich den Cobblestone? Ich glaub, wirklich in der Kiste ist die und da ist nix mehr. Nur noch dieser Black oder Basalt, aber die nehm ich dann später. Ich will erstmal die Grundform fertig haben. Und deswegen geh ich jetzt erstmal Stein formen. So. Was hast du jetzt vor, so? Biss auf das mit dem Miniaturherz? Ich würde jetzt mit dem Antibas und Struck immer was machen. Okay. Ein paar Items, oder? Ich will bitte noch eine neue Axt machen. Mit dem Antibas und Struck. Ach, okay. So eine Lumber-Axt, ne? Jo. Ja, die sind eigentlich immer ganz gut. Hast du Kohle? Was, Kohle? Jo. Ich hab dich jetzt nicht ganz verstanden, weil du hast wieder geleckt. So, hast du irgendwie Kohle über für mich? Ja, da kannst du mal gucken. Ich müsste irgendwo noch diesen Rucksack rumstehen haben. Da ist auf jeden Fall viel Kohle drin. Ach so. Ich nehme auch mal einen Stack von, okay? Ja, kannst du machen. Also da hat mit mir ja richtig viel gegeben. Und deswegen... Ja. Werde ich da wohl nie wieder Probleme haben. So, aber hier ist jetzt direkt Lava. Das gefällt mir nicht so. Naja, dann gehe ich eben ein bisschen weiter noch. Zum Beispiel hier hin. Und mache dann hier ein bisschen weiter. So, aber im Prinzip geht's ja ziemlich schnell mit dem Stein. Es ist halt... Ja... Wenn man da fünf Minuten dran sitzt, dann hat man eigentlich schon wieder das Inventar. Vielleicht sogar zweimal voll. Und... Von daher sollte es eigentlich machbar sein. So. Mal sehen, wo ich dann oben noch alles Türme hinstelle an der Mauer. Das habe ich mir jetzt noch nicht ganz überlegt. Oh, Diamanten. Einfach mal so nebenbei eingesammelt. So. Ich glaube, der Telekopf ist, glaube ich, nicht online mehr. Also nicht mal online. Hast du eben bei Skype jetzt geschrieben? Bitte. Ah ja. Ja, ähm... Ich weiß es nicht. Also vorhin hat er so ungefähr nach sieben Minuten oder so gelesen. Oh, ich frage ihn auch mal auf Skype nochmal. Hm. Da liest er es aber am... Ähm... Meistens noch später. Also Twitter ist immer so das Beste. Okay. Weil Skype ist ja irgendwie noch ganz selten aktiv. So. Ich habe schon wieder alles mögliche im Inventar. Das ist halt immer nervig. Wenn du einfach nur Stein haben willst. Naja, ich werfe dann irgendwie Redstone raus, weil das brauche ich ja nicht. Das sammelt man auch nur so ein. Und hier diesen weißen Cobblestone brauche ich ja auch nicht. So. Aber wie findest du so das Projekt mit der Stadtmauer? Ich hätte ja hier vielleicht ein bisschen weiter weggebaut. Weil es gibt ja auch überlegt. Ja, das stimmt. Ich habe es erst überlegt, wie ich es machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch blöd, weil dann... Ähm... Ja, keine Ahnung. Dann spawnen zum Beispiel irgendwie Mobs da drinnen. Man muss dann wieder alles ausleuchten. Und das soll ja die Stadt auch so ein bisschen davor schützen. Dass die eben nicht von überall her reinlaufen können. Und so muss man dann eben weniger ausleuchten. Wofür brauchst du eigentlich so viel Glas? Wofür brauchst du eigentlich so viel Glas? Äh, ich brauche das nicht. Das braucht Dauerzocker irgendwie. Das ist nicht meins. Das hat er nur in meine Schmiede getan. Und ich mach das jetzt so nach und nach raus. Okay. Er war ja jetzt auch schon länger irgendwie nicht online. Weil er nicht konnte oder so. Ja, und auf jeden Fall, wenn ich jetzt die Mauer noch weiter wegbauen würde, dann würde er zum Beispiel auch mal noch mehr Material benötigen. Deswegen habe ich sie erst mal kleiner gebaut. Sozusagen. Kannst du ihm ja nicht Gold geben? Gold? Ja, da sollte ich eigentlich genug haben. Da hatte ich ja mal eine Zeit lang ziemlich viel gefarmt. Also kannst du ja nehmen. Okay. Ich hatte es mir ja für Bibliocraft geholt, aber damit mache ich ja jetzt nichts mehr. Da bin ich ja fertig. Jo, 22 Goldblöcke. Genau. Brauchst du ja sicher nicht viel, oder? Ja. Brauche ich jetzt nicht. Okay. So. Ich hole mir mal hier ein bisschen die Seite noch. und schmeißen wir hier diese komischen Mini-Stacks raus. So, liegt hier eigentlich noch was rum. Von der Mainstein. Ja, hier hinten noch viel. So. Fünfzig. Ja, gut. Vielleicht reicht es auch fürs Erste. Ach so, ähm. Wie weit sind wir eigentlich in der Folge? Äh, acht Minuten. Okay, dann komme ich gleich wieder hoch. Weil, ähm, ich habe... Ich würde eventuell... Oh, lol. ...Millocraft hat geschrieben. Ja? Ich könnte im Zielerscore matchmaking. Ich kann 10 Minuten... Äh, 10 bis 15 Minuten kommen. Okay. Lol. Rrrr. Okay. Alles klar. So, ich werbe jetzt einmal die Flints weg. So, ähm... Du wolltest irgendwas erzählen noch? Ich hoffe, ich kriege das noch diese Folge fertig noch. Okay. Wir müssen ein bisschen gut ziehen vielleicht. Eventuell 2 Minuten oder so. Hm. Ja, dachte ich mir auch, weil dann kann ich noch... ...hoch gehen und vielleicht ein bisschen anfangen, die Mauer weiterzubauen. Keine Ahnung. Leih, ich habe... Ah, ne, das ist kein Red Zone. Ich dachte schon, ich habe das hier... ...mit Behutsamkeit sozusagen abgebaut, aber... ...ist es nicht. So. Naja, ich gehe dann mal hoch. Ich habe jedenfalls gerade keine Stoppuhr laufen, deswegen kann ich nicht gucken. So. Vielleicht kann ich hier ja noch was raus tun. Na, ist jetzt auch egal. So. Man kann auch die Axt auch... ...würde ich mich dann auch mal wieder um Essen kümmern. Hm? Man kann die Axt auch aus Koffer machen oder so. Oder aus Tint oder so, ne? Ähm, ja. Sollte gehen. Aber ich weiß nicht, wie die dann... ...ob die dann gut ist oder nicht. Ich glaube, die ist dann eher... ...schwach. Boah, ich mache noch was hier, Mann. Dann geht es auch, ne? Das ist Dias. Ah, Dias, das geht glaube ich nicht. Weil die kannst du ja nicht einschmelzen. Es muss ja flüssig sein. Okay. Da ist eben Maniulin dann das Beste. Ich habe einmal Maniulin in Göt. Das war glaube ich nicht. Ja, naja, ich habe sowieso noch welche übrig. Vielleicht kann ich dir was geben. Weil ich habe es ja auch nur geschenkt gekriegt von mit. Dann freue ich A. Noch sieben Stück. Also sieben Maniulin in Göt's. Hm. Ich muss mal mein Haus... Ja, Moment. Ich muss mal mein Haus abbauen. Da habe ich wieder Maniulin. Jo. So. Okay, da bist du. So. Ich gebe dir mal neun Stück. Also vor, brauche ich eigentlich gar nicht. Gar egal. Hm. So. Das sind einschmelzen. Das ist ein langer Dorn. Hm. Ja, Maniulin ist immer ein bisschen schwieriger. Ich mache mal Thumbnaids hier. Oh, die haben jetzt halt auch. So. Hast du? Ja, ich habe. Okay. Wollen wir nicht vollbenden? Ja, können wir machen. Du hast angefangen, ne? Äh, ja. Stimmt. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und schaut bei Streetmaster vorbei. Lasst dort ein Like da und tschüss. Truth. Truth. ner Harmoner bis zum